Machen wir uns nichts vor. Mit Action-Rollenspielen à la Baldur's Gate Dark Alliance oder Dungeons & Dragons Heroes sieht es auf den aktuellen Konsolen ziemlich mau aus. Diese Dürre ist jetzt endlich vorbei, denn mit Sacred 2 erscheint ein Genre-Vertreter auf PS3 und 360, den sich Erfahrungspunkte-Sammler auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Das Spiel ist letztes Jahr bereits auf dem PC erschienen, die Konsolen werden mit einer 1 zu 1 Umsetzung bedient. Ihr seht hier übrigens die Version für Microsofts Konsole, die PS3-Fassung hat es leider nicht rechtzeitig zum Test geschafft. Sacred 2 entführt euch in eine unfassbar große Welt, in der Unmengen an Aufgaben auf euch warten. Zu Beginn des Spiels entscheidet ihr euch für einen von 6 Klassen, je nachdem ob ihr euch für Schattenkrieger, Hochelfe, Triade oder Inquisitor entscheidet, legt ihr auch gleich den Grundstein für eure Kampfstrategie. Eine Klasse ist eher die grobschlechtige Kämpfernatur, während die andere Klasse eher magische Fähigkeiten bevorzugt und so weiter und so fort. Zusätzlich wählt ihr auch noch einen Schutzgott, der euch gleich zu Beginn bestimmte Aktionen ermöglicht, wie zum Beispiel Blitze zucken zu lassen. Alles steigt und fällt in Sacred 2 mit der Charakterentwicklung. Erfahrungspunkte sammelt ihr wie gewohnt durch Kämpfe und bestandene Quests, von beiden gibt es in diesem Spiel mehr als genug. Über 500 Missionen warten auf euch, die ihr von den Bewohnern der einzelnen Städte und Dörfer aufgetragen bekommt. Leider, muss man schon fast sagen, handelt es sich bei einem Großteil der Missionen um Aufgaben der Art Finde Gegenstand X und bringe ihn zu mir zurück oder erledige Gegner X und hol dir dann die Belohnung bei mir ab. Dass die Aufgaben relativ uninspiriert ausfallen, ist zwar nicht schön, tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch. Egal auf welche Mission ihr geschickt werdet, sobald ihr auf der riesigen Karte unterwegs seid, geht's ans Eingemachte. Die Gegnerpalette in Sacred 2 ist riesig und ihr werdet konstant angegriffen. Die Kämpfe finden genretypisch in Echtzeit statt. Ihr legt euch einzelne Kommandos auf die Tasten und das digitale Steuerkreuz. So greift ihr mit dem Schwert an, lasst Pfeile durch die Luft flitzen oder aktiviert einen Zauberspruch. Wie schnell ihr die Skelette, Goblins, Orks, Krieger, Golems, Kampfratten, Spinnen, Greife, Geister und wie sie sonst noch alle heißen mögen besiegt, liegt einzig und allein an euren Fähigkeiten. Mit jedem gestiegenen Level setzt ihr Erfahrungspunkte auf einzelne Attribute, so könnt ihr auch Kombos starten, euch eine untote Armee zur Seite stellen oder die ganz dicken Zaubersprüche auspacken. Ebenfalls lebensnotwendig ist, wie gut ihr euch mit wichtigen Gegenständen bei den unterschiedlichen Händlern eindeckt. Heiltränke zum Beispiel gehören in jede Tasche, genauso auch für Rüstungsteile und natürlich neue Waffen. In den Städten könnt ihr auch seltene Gegenstände auf eure Waffen schmieden, um Neufähigkeiten aus den Klingen zu zaubern. Die Menüs fallen dabei leider etwas unübersichtlich aus. Bis ihr verinnerlicht habt, was wo zu finden ist und wie ihr was richtig einstellt, vergeht schon einige Zeit. Ebenfalls ganz wichtig ist, haltet nach Seelensteinen und Portalen Ausschau. Diese werden auf der automatischen Karte verzeichnet. Ihr müsst sie nur noch aktivieren, um a. bei den Seelensteinen einen Rücksetzpunkt zu erhalten und b. bei den Portalen immens Zeit zu sparen, indem ihr euch schnell irgendwo auf der Karte beamen lasst. Auch Reittiere stehen zum Kauf bereit, die bringen euch in der weitläufigen Welt deutlich schneller von A nach B, auch wenn ihr hier logischerweise etwas eingeschränkt im Kampf seid. Sacred 2 hat mich zugegebenermaßen am Anfang ziemlich kalt gelassen. Ich fand die meisten Missionen öde, die Geschichte auch nicht gerade berauschend und das Kampfgeschehen etwas zu träge. Aber Sacred 2 ist ein Spiel, dem man Zeit geben muss. Dann nämlich offenbart sich das toll durchdachte Levelsystem und eben auch die fantastische Welt, in der euer Abenteuer stattfindet. Kurz, es macht süchtig. Von der unfassbaren Langzeitmotivation ganz zu schweigen, die sich durch die sechs Klassen, ihren damit verbundenen Eigenheiten, den unzähligen Quests und quasi unendlichen Gegenständen ergibt. Ein dickes Lob verdient der Multiplayer-Modus. Hier gehen bis zu vier Recken an den Start. Der Clou dabei ist, dass Freunde jederzeit in das Spiel des Hosts ein- und aussteigen und sich direkt zum Haupthelden beamen lassen können. Technisch gesehen ist das Spiel zwar nicht unbedingt eine Granate, Grafik und Sound leisten aber verlässliche Arbeit, wenn es darum geht, Atmosphäre aufzubauen. Wie gesagt, als Happen zwischendurch ist Sacred 2 nicht geeignet. Auch alle Freunde von Final Fantasy und Co. werden damit nicht glücklich werden. Wer aber Lust auf zünftiges Erfahrungspunkte-Futter hat, wird hiermit eine ganze Weile beschäftigt sein.